Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Best-of von League of Legends hier auf meinem Kanal. Ja, diese Best-ofs werden immer so ein bisschen unregelmäßig kommen, weil das Schneiden halt sehr sehr aufwendig ist. Jetzt zum Beispiel ein normales Display ist nicht ganz so aufwendig, beziehungsweise relativ wenig. Und hier habe ich jetzt auch, glaube ich, etwa eine Stunde oder so dran gesessen. Und deswegen würde ich euch bitten, wenn dies euch gefällt und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach mal einen Daumen nach oben da lasst. Und ihr könnt natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, weil ich weiß, dass ihr auch mal wieder so etwas sehen möchtet. Ja, im Grunde war es das jetzt von meiner Ansprache. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Best-of. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.